Ja, hallo Freunde, wir haben schon wieder Donnerstag, 18 Uhr und Donnerstag ist Kassel-Trader-Zeit und heute wird es richtig spannend. Ich stelle euch nämlich den Trade-Scanner von Markus Runau, Made in Germany, vor. Für mich, ja, mittlerweile ist Nonplusultra, weil der ist zu A, richtig aufwendig programmiert, also da sind nicht irgendwelche 2.0815-Indikatoren, die sich überlappen und dann wird dann halt ein Trade dargestellt. Den ihr handeln könnt, sondern ihr habt quasi die Fundamentalanalyse von den Aktien mit dabei oder was auch immer, ihr könnt ja alles mögliche mit dem Ding machen, sondern auch, ja, Einstieg, Prämie, Margin, welche Strategie gerade in welchem Marktumfeld im Verhältnis zum Index und so weiter vorgeschlagen wird. Also was richtig, richtig genial ist, ich würde sagen, wir hauen kurz den Disclaimer rein, dann geben wir direkt Gas, ich stelle euch den kurz in der Folie vor und dann gehen wir mal live rein und dann, dann wirst du doch Bescheid. Bis gleich. So Freunde, jetzt geht's los. Also, Top-Thema des Tages, der beste Options-Screener für mich, Ausrufezeichen. Und ihr wisst, ich mache nichts, wo ich nicht dahinter stehe, für mich ist er der Beste und ich habe nur wirklich schon einiges ausprobiert. Ja, jetzt fangen wir mal an. Der Trade Scanner, made in Germany. Vorstellung des Premium-Tools. Hier ist das Logo, Kassetrader, Gutscheincode am Ende. Ja, es ist halt ein Premium-Tool. Wer Premium handeln will, der muss halt auch mal 3 Euro in der Hand nehmen, sage ich mir immer. Also alles kostenlos geht und ich versuche schon immer, das Bestmögliche zu machen, aber das Teil hier, das wirst du nicht kostenlos kriegen. Aber es wird jetzt auch keinen wahrscheinlich komplett in den Ruin stürzen, zumindest nicht, wenn er ernsthaft Optionen handeln will. Und ja, ich stelle euch den jetzt mal kurz vor. So, jetzt gehen wir mal durch die Folie. Jetzt geht es mal los. Warum der beste Standalone-Options-Screener für mich? Fragezeichen. Made in Germany ist ja schon mal, muss ja nicht immer aus den USA das Zeug kommen. Es gibt ja auch durchaus richtig gute Menschen in Deutschland, die sowas können. Der Markus ist so ein absoluter Top-Programmierer. Das läuft auch alles auf eigenen Servern. Das ist nicht irgendwie so ein dahin gehuschtes Ding oder irgendwie so 0815. Also das ist schon, ich habe mir das mal so ein bisschen zeigen lassen. Da steigt natürlich kein normaler Mensch durch. Aber da ist schon im Background, läuft da schon richtig böse was ab. So, berücksichtigt. Jetzt kommt es für mich auch wichtig. Vor allem auch einen der wichtigsten Support-Resist-Indikatoren. Und es ist definitiv de facto so. Das Open Interest per Price Level. Ihr könnt ja mal gucken, wo ihr das großartig herkriegt. Oder wo ihr danach screenen könnt. Und geschweige, dass euch irgendein Tool auf dieser Erde Trades dafür vorschlägt. Also sinnvolle Trades. Ihr habt natürlich das Open Interest, Put-Call-Seite, habt ihr natürlich auch in der TWS. Ja, da könnt ihr euch jetzt einen Wolf suchen, wenn ihr da irgendeinen gescheiten Trade haben wollt. Und da muss ja alles andere drumherum auch noch irgendwie passen. Also das ist, da könnte ich jetzt 20 Ausrufezeichen eigentlich dahin nochmal machen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, komplette Analyse auf einem einzigen Datenblatt vollziehbar. Vom Fundamentalen bis zum fertigen Trade. Auch wieder so eine Nummer. Da ist alles drauf. Da braucht ihr nicht danach nur 100 Jahre zu gucken. Ja, was machen die, was macht die Aktie. Gut, das habt ihr jetzt in Englisch da stehen. Aber Copy, Übersetzer rein und fertig. Ihr habt die komplette Fundamentalanalyse auf selbstprogrammierten Anzeigen, zeige ich euch gleich. Wo ihr in einem Blick seht, okay, Schrottaktie taugt was, hat auch noch ein eigenes internes Ranking. A, B, C, D, E, nur so wie, 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 ja. Also, wo ihr dann an einem Blick, auf einem Blick feststellen könnt, okay, kann man handeln. Ihr müsst natürlich euer Regelwerk haben, völlig klar. Wenn ich mir die Aktie andienen lassen wollen würde, zumal ihr könnt ja hier alles mögliche handeln, nicht nur Aktien. Dann könnt ihr auch Indizes und, keine Ahnung, und Futures, alles ist ja da drin. Rohrstoffe und so weiter. Ja, bei Andienung würde ich mir natürlich dann schon mal ein bisschen genauer gucken, was ich da handele. Aber das ist ja ein Tradescanner. Wir reden hier von Trades, nicht von fundamentalen Andienungsscannern oder sowas. Also, Signale funktionieren. Das einfach kann ich weglassen. Erstklassig. Es ist Fakt und ich kann es auch, man kann es auch sogar nachvollziehen da drin, weil die Signale stehen bleiben und dann auf dem eigens programmierten Chart angezeigt wird. Ich habe erst gesagt, es wäre Tradingview, ist es aber nicht, wie der Kurs danach lief. Und das ist ja, schau mal, das ist ja quasi dasselbe, als wenn ich euch als Coach ein Track-Rekord von mir gebe, weil ich sage, ich bringe es euch bei und ich kann es auch selber. Das mal wieder dazu. Das sind so Kleinigkeiten, die sollte man echt mal, wenn man sich sowas anguckt, mal im Hinterkopf haben. Weil viele hauen dir ja irgendwo bei, was weiß ich, was da ein Trade raus. Ja, das und das, alles schön. Ja, hat er geklappt? Ja, keine Ahnung, guck es mal in drei Monaten nach. Hier kann ich alles, zumindest auf zwei Wochen, glaube ich, nachkontrollieren, wie die Signale gelaufen sind. So, Signal, ach so, da waren wir schon. Komplette, komplexe Marktampel über Indizes, Aktien, Futures, Sektoren und so weiter integriert. Das heißt, ihr habt noch eine Marktampel. Jetzt habt ihr das schon mal gesehen. Ich habe das Ding mal in Instagram mit drin gehabt, wo dann ja steht, hier, keine Ahnung, da oben Short, unten mache ich den Long. Und die Sektoren sind gerade gut oder schlecht. Da wurde ich ja dann immer angeschrieben, was ist denn das und so. Da habe ich mir gedacht, komm Markus, wir müssen da jetzt echt mal was machen. Das Ding muss bekannt werden in der Szene. Und ja, also komplette Marktampel, dass ihr wisst, wo er steht, mit welchem Index, wo ist gerade irgendwie was. Und das ist, wie gesagt, auch alles komplex im Hintergrund berechnet, wieso, weshalb, warum. Aber dazu gleich mehr. Zudem in Planung, das ist wohl das absolute Highlight, vollautomatisches Trading-Journal für TWS-User. Ich weiß nicht, ob es noch für andere dann auch geht, aber für TWS, und wir nutzen ja wahrscheinlich 99% von uns hier nutzen ja die TWS, welches die Trade-Signale mit integriert. Das heißt, du kannst dann da reinklicken, sagst, zack, das handel ich. Dann zieht der sich aus der TWS am Ende die Ergebnisse raus, trägt die ins Journal ein. Wahrscheinlich natürlich, ich kann es auch manuell, denke ich mir mal, dann ins Journal alles Mögliche eintragen. Das kommt aber noch dazu. Und ja, mal im Hinterkopf behalten. So, das ist jetzt hier mal eine Live-Geld, also Echt-Geld-Performance von Markus. Ja, da haben wir SPY und DAX. Das sind hier die Krücken hier unten. Also zumindest dieses Jahr Krücken. DAX immer Krücke. S&P eigentlich keine Krücke, aber dieses Jahr leider auch Krücke, zwangsweise. Also, es geht ja ein bisschen rund auf der Welt. So, der Markus handelt das natürlich auch. So, da seht ihr das hier, Benchmark. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, bis wann die geht. Aber irgendwie August oder was das war, oder Anfang September, wo ich mir das gezogen habe oder geben lassen habe von ihm. Sieht ja mal nicht so schlecht aus. Hier sind wir bei 12%, dann werden wir hier irgendwo so bei 15, 16, 17% sein. Ja, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Hab ich dieses Jahr nicht, aber anderes Thema, kommen wir auch zu nichts. Und mir haut es ja auch, sie strangelt es um die Ohren. Naja, gut, ne? Also auf jeden Fall, so sieht das aus, wenn man das handelt. So, der Markus war natürlich auch auf der WOT, World of Trading. Ich sollte eigentlich auch kommen, war aber leider verhindert, weil ich ja jetzt nach Zypern muss. Und zwar in anderthalb Stunden. Deswegen noch schön das Video vorne weg. Welche Optionsstrategie eignet sich in welcher Marktphase und wie findet man die richtigen Werte? Das übernimmt alles der Scanner für euch. Na, da seht ihr das dann schon. Keine Ahnung. Optionsstrategie. Wenig Bewegung. Errechnet der Screener ein Strangle. Wie gesagt, er berechnet alles im Hintergrund. Das kann euch kein Mensch erklären, wie das alles genau funktioniert. Ich habe es mir, wie gesagt, angeguckt. Das war irgendwie, da muss ich sieben Jahre nochmal extra irgendwas studieren für. Also Strangle, Put verkauft, Call verkauft, Check oder Vielbewegung. Das ist ja nun mal so ein Beispielmuster, wie das dann aussehen kann. Vielbewegung. Und dann ist der Zack hier, was haben wir jetzt hier, Vertical Bull Call oder hier Straddle verkauft. Neutral, viel Bewegung, neutral, hohe Wohler, okay, boom, Straddle, profitieren vom Wohler, Crash oder Verfall. Wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. So was ist da alles integriert. Das läuft, wie gesagt, im Hintergrund davon, kriegt ihr gar nichts mit. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schon mal Richtung Eingemachten. Hier haben wir jetzt mal die Marktmodell Ampel oder Markt Ampel, Market Model. Das habt ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen, wenn ich das gepostet habe. Das habt ihr inklusive da drin in eurem Account-Abo-Modell. Da könnt ihr hier nach allem filtern. US-Sektoren, deutsche Sektoren sogar drin. Das hat ja schon mal sowieso fast keiner. Indizes, hier Zinsraten, Energie-Futures, Currency, Währungs-Futures, Agriculture, Weizen, Agrar-Futures. So, dann habt ihr hier erstmal die grafische Oberfläche. Dann hier nochmal Signallamp, also Signallampe. Minus 8 ist da mal ganz böse. Das sieht man ja schon anhand der Farben. Und je kleiner es wird, dann irgendwann wird es auch mal grün. Ich glaube, hier ist Silber, glaube ich. Dann ist das grün oder neutral. Das kann ich gar nicht erkennen. Oder schwarz. Naja, sollte dann wahrscheinlich grün sein. Ja, und dann wisst ihr genau. Ihr guckt morgens rein. Ich habe jetzt hier mal auf 7 Tage einfach mal zurückgeschaltet, damit ich viel angezeigt kriege. Dann könnt ihr hier direkt gucken. Ich gehe ja, wie gesagt, gleich nochmal live rein. Der XAE, das ist ja hier der ETF auf Energie. Counter-Trend-Short. Dann hier im Strangle-Bereich haben wir, glaube ich, gar nichts drin. Das würde dann irgendwo hier stehen. Oder Counter-Trend-Long. Wie gesagt, sind auch noch andere Strategien freischaltbar. Also für direktionale Trader, die einfach statt den Optionen die Aktien traden wollen. Da habt ihr dann nochmal andere. Deswegen steht hier Counter-Trend-Long. Hier Cash-Secured-Put ist dann hier oben. Und so weiter und so fort. Hier ist kurz sozusagen, wenn 0 ist neutral, nach oben. Über 4 haben wir einen Aufwärtstrend. Das wäre eine grüne Linie. Unter 4 haben wir einen Abwärtstrend. Dann habt ihr hier nochmal die relative Performance. Dann muss ich hier drüben nochmal hinspringen. So, die Signallampe oder Lamp. Das ist ja auf Englisch jetzt hier. Da sind 6 Indikatoren im Hintergrund arbeiten da. Ich habe jetzt nun mal einen minimalen Auszug. Zum Beispiel der Aktienkurs in Bezug zu den Bollinger-Bändern. Mit einer speziellen Einstellung. Fragt mich nicht, wie die wieder. Das ist alles wahrscheinlich auch ein bisschen geheim. Was nicht. Und da blickt wahrscheinlich eh keiner durch. So, dann die Lage der EMAs. Gehört natürlich irgendwo auch noch dazu. 50, 100, 200 zueinander. Dann kommt zum Beispiel der CCI-Oszillator für Trennstärke. Spielt da mit rein. So, dann hier zum Beispiel. Plus beispielsweise Lage der. Die Indizes, wie die zum S&P 500 gerade agieren. Das ist dann hier unten abgetragen. Wenn dann hier ein Cash-Dequered-Put liegt. Dann würde der hier. Das geht ja von minus 0,3 bis plus 0,3. Würde der natürlich nach oben besser performen. Im Verhältnis zum S&P 500. Ja, ist ein bisschen schwierig auch zu erklären. Alles, das müsst ihr euch dann aber mal gegebenenfalls mal durchlesen. Wie das alles funktioniert. Dann wird zum Beispiel der Energy-Sektor. Da wird er dann, je nachdem was ich jetzt hier ausgewählt habe. Taucht er dann hier mit auf. Der wird wieder zum Ölpreis. Ja, wie sagt man denn? Verglichen. Wie der liegt. Mit den Indikatoren hier oben. Alles zusammen. Also es ist so komplex. Also richtig auch fundamental was dahinter. Das ist nicht irgendwie so, wie ich vorhin schon sagte. Das kreuzt über das. Und da oben sind wir überverkauft. Jetzt gehen wir short oder irgendwie sowas. Ja, die Futures. Wie zum Beispiel der ES-Future. Der wird zum nächsthöheren Index. Wenn ich das jetzt richtig geschrieben habe. Oder was der Indiz. Ich weiß es gar nicht. Wird zum Beispiel zum MSCI World ETF verglichen. Und alles solche Sachen. Ich kann das nur ganz grob anreißen. Weil das ist dermaßen komplex. Für mich war halt wichtig, funktionieren dann auch die Signale. Am Ende. Ich will natürlich immer verstehen, wie es funktioniert. Aber da muss man sich echt auch ein bisschen reinfuchsen. Und ein bisschen vielleicht auch mal genau hingucken. Wie, was könnte. Ihr könnt wahrscheinlich auch mal den Markus anschreiben. Der hilft bestimmt. So, und jetzt machen wir noch mal weiter. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich mal hier nur mal für den Agena Trader. Mal die Programmierung mal so ein bisschen. Dass ihr nur mal so seht. Was passiert denn am Hintergrund? Also für mich ist das hier binäre System. Nullen und Einsen. Aber wenn da noch vier dazwischen sind. Ich habe keine Ahnung, was der hier alle macht. Hier 100.000 Indikatoren. Hier wird es dann, so wird es im Agena Trader angezeigt. Wir haben dann quasi die Standalone Version. Da loggt ihr euch einfach ein. Oder was ist denn das? On-Demand Software. Also über den Browser direkt eingeloggt. Dann habt ihr hier die Abweich, Standardabweich. Und das hier ist das Ganze Open Interest. Das haben wir auch bei uns drin. Ja, und so weiter und so fort. Also da ist schon, das ist jetzt nur mal ein Bild von dem ganzen Kram, den er da berechnet im Hintergrund in Sekundenschnelle. Ich würde sagen, ich trinke mal einen Schluck. Und dann gehen wir mal direkt in die Folie, in den Scanner direkt rein. So, wo haben wir denn? Zap, zap, zap. Das Schöne ist, es ist extremst schlicht und nicht so grafisch wie, ne? So vom Wegen mehr Schein als Sein. Hier ist das wirklich richtig easy gemacht. Aber fünfmal so effektiv würde ich fast meinen. Bob ist drauf verwenden. Also das jetzt, wie gesagt, das bin ja ich, ne? Mich hat das schon mal gesehen hier. Ich habe doch noch mal eine Performance Chart. Ich glaube, das ist derselbe, den ich vorhin hatte. Nur vorhin hatte ich noch so TWS. Und das ist jetzt hier. Hat er wahrscheinlich in Excel dann selber berechnet. So, hier haben wir, ne, da haben wir nichts mehr. So, jetzt gehen wir bei mir rein in Kasse Trader Content. So, so sieht das dann aus, wenn man quasi alles freigeschaltet hat. Hier Perlentaucher-Strategie, Turning Point-Strategie. Das ist von Markus. Das ist von Andreas, wie heißt der? Berger? Heißt er so? Ich glaube, ja, ne? Und uns interessiert das hier alles. Das habt ihr dann alles. Hier Option Scanner, Advanced, Bullputs, Bullput, Iron Condor. Dann könnt ihr nach Trend, nach VCS, Counter, Trend. Das ist auch von Markus was. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das da drin ist. Aber auf jeden Fall. Ne, das ist dann, glaube ich, Option Scanner, Advanced. Ne, das ist, glaube ich, alles drin. Ne, das hier ist drin. Option Scanner, Bergholl, Bullputs und so weiter. Strangle. Ich zeige euch das jetzt gleich erstmal alles. So, hier ist die Marktampel. Wenn ich hier reingehe, zack, ich gucke erstmal morgens. So, peng, wo stehen wir? Jetzt stehen wir erstmal nirgendwo, weil der Markt hat noch zu. So, jetzt scanne ich einfach mal hier auf sechs Tage zurück, dass wir jetzt hier irgendwie was haben. Und jetzt seht ihr das schon hier. Zack, 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 geht schon los. Hier leuchtet alles hier. Wenn ich hier rübergehe, leuchten da unten die Pünktchen. Jetzt gehen wir halt mal auf US-Sektoren. So, jetzt kann ich mir die Dinger auch direkt filtern. Was ist denn richtig schlecht gelaufen? Ne, Consumer, Defensive, Silver, Der Russell 2000, Utilities. Jetzt sind zum Beispiel einmal auch schon hier. Das kommt jetzt in Kürze rein. Zeigt ihr euch schon, wo welche Strategien vorgeschlagen werden. Bullput Thread, Bullcall, alles mögliche drin. So, und jetzt können wir mal gucken hier. Counter, Cash, Secure, Put. Na gut, der Markt fällt. Keine Signale. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. So, Trend, Short. Haben wir alles hier unten so nahezu. Hier rechts leuchtet es ja dann immer auf. Healthcare ist im Minus mit Signallampe auf minus 5. Ja, Bear Call, Bear Put, alles drin hier. Ja, XLP, Consumer Defenses. Das seht ihr schon, extrem. Countertrend, da könnte man jetzt einen Short nach oben machen. Äh, einen Long nach oben, direktional. Oder wir gucken mal, ob er was drin hat. Einen vertikalen Bull, äh, Call Spread. Einen Bullput Spread. Naja, klar, bietet sich ja jetzt an. Wenn ich tief runterkomme, Wohler hoch. Dann, ähm, ja, ne. XLP, ihr könnt das nochmal sehen. Also, unterhalb von meiner Maus jetzt hier. Signallampe 9, Volatilität kritisch. Das heißt, da geht richtig was. Prämientechnisch wahrscheinlich. Dann nochmal der Sektor aufgeführt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir irgendwo auch mal hier in den alten. Das ist ja das Schöne. Man kann ja hier sich alles auch rückwirkend angucken. Und genauso auch mit den Signalen. Hier Silber zum Beispiel. Zack. Signallampe 0, Neutral. Boom. Strangle. Was haben wir hier? Strangle. Könnt ihr demnächst dann, wie gesagt, auch hier rein tippen. Das kommt jetzt auch. Dann landet ihr direkt in den Signalen. Ich gehe halt aktuell über, immer hier über die Seite. Aber da wisst ihr schon mal, wo liegt was. Wir können ja auch hier Energy Futures. Sind sie auch alle hier. Heating Oil, Heizöl, Coote Oil. Hier, das ist unser europäisches Gas. Da ist vom Henry aus Holland. Coote Oil. Ja, also wir können wirklich alles hier machen. Hier, die ganzen Agrar und Butter. Und ja, die ganzen Lebensmittel Futures. Und dann hier, was kann man da handeln? Oder geht dann hier drauf. Strangle, Iron, Condor. Also einfacher geht es nicht mehr. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nur die Übersicht. Ich gehe jetzt zum Beispiel, gehen wir mal in den Klassiker rein. Cash Secured Put. Das ist ja wahrscheinlich die Strategie, erstmal, die sowieso jeder handeln will, muss, kann, darf. So, jetzt gehen wir mal hier Days Back. Kommt dann hier irgendwas? Na gut, jetzt haben wir natürlich aber auch nichts. Wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen weiter rein. Mal so eine Woche, dass mal ein paar Signale kommen. So, dann machen wir mal die Delta Range. Hier eine 9er Delta, meinetwegen bis ein 20er Delta. Ja, Tage können wir auch ein bisschen, keine Ahnung, 20 bis 50 Tage. Da gibt es auch schon nicht mehr so viel. Ist egal, ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Mir kommt gar nichts, weil es nur runterging. So, jetzt Open Interest Minimum 50. So, da will ich natürlich ein bisschen mehr sehen. Da sagen wir mal hier so, na, jetzt muss ich wieder runtergehen, weil es nichts gibt. Gut, jetzt haben wir hier zwei Aktien. 365er Open Interest Minimum. So, jetzt gehst du hier drauf. Jetzt siehst du schon, Signal, Signal. Hier sind schon mal alle Daten. Hat die, ja, so will das vielleicht aus anderen Screenern ja auch kennen, ist da hier eine Dividende, Expiration Date und so weiter. So seht ihr das ja meistens in den Screenern. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Consumer Cyclical, kenne ich die überhaupt? So, was sind das? Academy Sports & Outdoors. So, jetzt haben wir hier ein Cash Secure Put Signal. So, jetzt mache ich das erstmal groß. Übrigens, kein Trading View. Ganz wichtig, das ist selbst programmiert. Und hier sind die ganzen Signale. Ich weiß jetzt nicht auf welche. Das ist ja dann auf alles Mögliche dann hier bezogen, je nachdem, was wir jetzt ausgewählt haben. Jetzt haben wir zum Beispiel hier ein Signal gehabt. Jo, dann seht ihr schon. Hoch. Ne, das ist ja das Signal. Das ist ja von vor sechs Tagen. Entschuldigung. Habt ihr ja den Screener zurückgestellt, äh, weiter vorgestellt. Also zurückgestellt in Tagen, damit wir was haben. Weil aktuell gibt es ja nichts bei dem absteigenden Markt. So, jetzt sehen wir hier. Days Till Earnings. Das haben wir vorher im Screener Avoid. Ne, heißt auf Deutsch verboten oder, ja, vermeiden. Das wird schon mal nicht in die Earnings reinlaufen, in den Signalen. Zack, Erste. Ähm, ja, was ist denn wichtig hier? Das sind nochmal die Earnings. Action, Sell Put, Expiration. Am 18.11. Days, also ein 46-Tage-Strike, sondern, ähm, 46-Tage-Trade. Dann habt ihr hier den Strike, euer Delta, eure Prämien. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt ganz wichtig. Das Rote hier ist der Strike. Ne, Sell 31 steht hier nochmal. Und was habt ihr hier? 874 Kontrakte, ähm, Put Open Interest. Mal überlegen. Kommen manchmal nicht auf meine Wörter, die ich immer sagen möchte. So, 874. Das ist aber jetzt bezogen. Auf 60 Tage wird das durchkalkuliert. Das heißt, was für ein Open Interest liegt auf den ganzen Verfallszeiten, auf diesem Strike, aber jetzt auf diese Laufzeit wieder bezogen. Also, nicht nur irgendwie, was liegt jetzt gerade in diesem einen Kontrakt, sondern, ne, was liegt denn auf den anderen auch? Und da geht es schon los. Spätestens da steigt jede andere Software aus. Das heißt, ihr habt hier richtig fett eine Wand liegen. Und er liegt natürlich den Strike oben drüber. Man könnte ihn jetzt auch unten drunter. Manchmal liegt er auch unten drunter. Dann habt ihr vielleicht drei, vier Signale von derselben Aktie, weil er vielleicht sagt, ach, nö, die Prämie möchte ich nicht haben. So, jetzt habe ich ja meine 1%-Regel. 76 Premium gibt es, also 76 Dollar. 33er Strike. Kannst ja schon im Kopf rechnen, dass das schon mal so 2, was ist denn das? Keine Ahnung, jetzt 2,2 oder 2,3% Rendite sind, wenn der Trade denn durchgeht. So, also schon mal der Oberknaller, finde ich, weil das ist wirklich wichtig. So, weiter geht's. So ist meine da. So, jetzt habt ihr hier der letzte Close-Kurs am Freitag, 42 Dollar 18. Name. Hier, Margin, wird euch auch ausgerechnet. Die müsste ansatzweise hinkommen. Earnings Rate per Annum, 102%. Wird, glaube ich, auf die Margin ist das kalkuliert. Sektor, Industrie. So, jetzt, ne, hier, was macht die? So, da könnt ihr ja jetzt, wenn ihr kein Englisch könnt, könnt ihr es euch übersetzen lassen. Also auch kein Thema. Habt ihr das schon wieder mit drin, wenn ihr da näher in die Aktie rein wollt? So, und jetzt, Leverage. Jetzt sind hier alle möglichen, also Rating-Geschichten drin. Mal abgesehen jetzt hier von Insider-Transaktionen, Marktkapitalisierung, Zielpreis, der wahrscheinlich wieder von den institutionellen festgesetzt wird, Analysten, habt ihr hier komplett in einem Bildchen, alles, was hier oben steht, Rating drin, dann könnt ihr schon mal sehen, Eigenkapital, Rendite, gut. Sales, Crowd, Verkauf, also Verkäufe und Wachstumssteigerung, zack, kurz vorm grünen Bereich, auch gut. Also alles schon mal gut, da weißt du schon mal von vornherein, oh, das könnte ich schon mal handeln. Wenn wir uns die ganzen Gurkenaktien vom Corona-Crash ansehen, da geht der Fall wahrscheinlich überall ins Rote, aber wir haben die Dinger trotzdem, was heißt wir, also gut, war ja gerade, war ich ja auch dabei. Ja, mittendrin statt nur dabei, haben wir die auch gehandelt. Also, ne, hier habt ihr alles, alles drin, der absolute Hitze, dann könnt ihr hier oben auf Weiter gehen, sagt er auch, ne, will ich doch nicht machen, ansonsten hier schön seitwärts, ne, Strike, schön, also mit Sinn und Verstand wird hier alles gemacht, ne, hier sind nochmal die ganzen EMAs auch nochmal, die liegen auch nochmal alle vor euch, ja. Hier hast du nochmal ein großes Open Interest, aber das Größte wird dann halt beziffert hier in Zahlen, also in Kontrakten, ne, über Nacht gehaltene Kontrakte, also nicht mit Optionsvolumen verwechseln. Ich glaube, den würde ich machen, wenn ich jetzt nicht gleich fahren würde, könnte ich mich schon gerade wieder ärgern, weil, ne, schaffe ich nicht. Bin ich noch nicht mal im Hotel, naja. Ja, ne, oder könnt ihr hier oben weitermachen, so, dann habt ihr hier 58 Prämie, gut, die Wohler ist halt auch hoch, ne, muss man ja da mal dazu sagen. Was ist das für ein Laden, Pure Storage, das ist ein Read oder, ach ne, Computer Hardware. So, kann man sich das mal angucken, größer machen. So, hier habt ihr jetzt genau, was ich meine, 5000er Open Interest, über 60 Tage kalkuliert. Signal, so, was geht, bam, hoch. Also das mal dazu mit den Signalen, ne, ihr kriegt jetzt hier das Signal, zack, hoch. Ne, größer kriegst du nicht. Ich hoffe, man kann es sehen, am Handy wird es vielleicht ein bisschen eng. So, dann guckt ihr, oh, alles klar, Prämie, das passt, Sell, Put, ne, Expiration, Daystrike. Gut, dann setzt ihr euch noch eine 200%-Regel oder wenn ihr die Aktie haben wollt, wenn ihr die vorher angeguckt habt, so, hier, bam, gut, gut, geht so, äh, Eigenkapitalrendite nicht so, ah, Rest, kann man auf jeden Fall traden, würde ich mal sagen, ne. Ja, wenn die jetzt alle rot wären, dann ist wahrscheinlich, wäre das dann so ein Biotech-Ding mit 20 Millionen Kapitalisierung oder so. Ja, und dann guckt ihr dann hier, könnt ihr schön durchgucken, ne. Hier kannst du sogar, ich bin jetzt da draufgeklickt, äh, kannst du sogar noch, sag doch mal, wie heißt es denn, schnell anlegen hier, ähm, Retracements. So, und jetzt könnt ihr euch, wie gesagt, alles einschalten, ihr könnt das hier auch wieder deaktivieren, dann habt ihr natürlich tausende von Signalen mehr. Oder ihr geht mal richtig schön hier in die Vergangenheit zurück, also richtig schön, 14, äh, Pollen, gehen hier ein bisschen hoch, hier ein bisschen, vielleicht kriegen wir noch was, dann haben wir einen mehr gekriegt, dann gehen wir mit dem Open Interest runter, so, einmal neu laden. Ich muss dazu sagen, ihr müsst einen anständigen Browser nehmen, ich nehme den blöden Mozilla Firefox, der zickt ja manchmal ein wenig rum, so, ihr könnt euch ja auch hier dann nach Ratings sortieren, also sagt, ne, ich will nur B, B, ähm, Ratings haben, das sind dann die internen Ratings, zusammengesetzt aus den ganzen fundamentalen Geschichten. So, jetzt fangen wir mal an. Also wir haben jetzt auf 14 Tage, ne, gescannt, ich lasse das hier unten mal außer 8, wir haben Avoid Earnings, also keine Earnings, aber guckt euch jetzt mal die Signale an. Signal, zack, boom, 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 hier unten ist der Strike, hier hängt er jetzt wahrscheinlich, weil hier ist ein Call Open Interest, das seht ihr aber auch schon vorne, äh, vorher, wenn jetzt das Signal heute kommen würde, ne, dann würde ich jetzt denken, na, jetzt sind wir hier Call Open Interest, ich warte mal einen Tag, weil er wird mit Sicherheit erstmal hier vielleicht abprallen, es gibt halt für mich kein besseres Support und Resist, außer die waagerechten Linien auf dem Wochenstart und Tagesschart natürlich auch, als Open Interest, weil da liegen wirklich die großen Jungs unten und oben und die verteidigen ihre Level, ne, da mache ich nochmal, nochmal ein Video zu, ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo eins gemacht, aber ich mache, glaube ich, nochmal eins, weil die meisten haben es nicht, wirklich nicht am Radar, oder nicht so gut, ähm, ja, ne, klappt, so, gehen wir weiter, muss ich mal groß machen, so, Signal hier gekommen, an welchem Tag war das da, 1, 2, 3, 4, 5, 5000er Open Interest im Rücken, hier unten habt ihr das Dingens liegen, den, den Strike, 40 Dollar Prämie auf ein 21er Strike, macht 2% nach Adam Riese, so, zack, wenn er durch die EMA, vielleicht prallt er ein bisschen ab und dann geht er hier hoch, dann bleibt er hier hängen, dann wird er hier, aber, ne, dürfte ja reichen, um vielleicht 50, 60, 70% mitzunehmen und dann geht er halt wieder raus, so, auch geklappt, ja, hier haben wir natürlich so einen Eierchart, hier werden wahrscheinlich auch alle geklappt haben, so, hier, rein, bap, 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 seitwärts, aber guckt mal hier, 200er Open Interest, weit und breit nichts, das heißt, hier unten ist eine riesen Verteidigungslinie von den Put-Händlern, ja, und der war das letzte Mal, hier waren wir im Januar 2022, der müsste jetzt komplett hier durchbrechen, dass der Trade nichts wird, 75er Strike, macht 7500 Dollar bei Andienung, 95 Dollar Prämie, macht 95 durch 7500 100 mal 100, keine Ahnung, 1,2% Profit, zack, Trade rein, boom, 200% Regel dahinter oder, ne, oder 100 oder 300, fertig, Trade gesetzt, Rechner aus, tschüss, hast du wieder 95 Dollar in der Kippe, so, hat geklappt, so, hier, nächstes Signal, Signal gekommen, bam, 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 was sage ich, hier, Open Interest, noch ein größeres Open Interest, hier oben wird schon verteidigt, hier wird verteidigt, Versuch, nicht geklappt, Versuch, nicht geklappt, Versuch, erst recht nicht geklappt, jetzt wieder Versuch, jetzt muss man gucken, wo gehen wir denn rein, gehen wir rein, das liegt hier unten, hier haben wir kein, hier haben wir ein bisschen Open Interest, aber wir haben wieder die EMAs, der Trend ist jetzt aktuell aufwärts, muss man mal gucken, ist das Altria, ne, ich habe schon gesagt, hier vom Logo, ach ne, das ist ja Viereck bei denen, Cassava Science, gut, das sagt man jetzt hier, Healthcare, Biotechnologie, da muss man ein bisschen aufpassen, aber wir reden hier auch von 78 Dollar auf ein 22er Strike, weil klar, riesengroße Wohler wahrscheinlich drin, kannst du handeln, ne, hier, das sehen wir es hier, diese, wie Corona, boom, scheiße, 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 okay, Leverage, natürlich extrem hoch, klar, die haben ja nur, die leben ja nur vom Fremdkapital, die Buden, Earnings Crowd auch erstmal wahrscheinlich, äh, zumindest auf dem Papier, Overall, ein C, also ist nicht so prickelnd, kann man aber handeln, Signal, 1, 2, 3, 4, wie was, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tage schon im Trade, bei dem Signal, ne, jetzt hast du hier noch 25 Tage, kannst immer noch reingehen, äh, theoretisch, aber hier wärst du schon rausgegangen, zack, Trade, nächste Trade, 3 von 3 gewonnen, so, hier, dasselbe in grün, Signal, wie gesagt, ich habe den Scanner ja zurückgesetzt, ich bin ja nicht auf 0 Tage oder auf 1 Tag gegangen, dass ich die aktuellsten Signale habe, die Eltern jetzt hier alle mit drin, ne, hier, rein, zack, läuft, zumindest ist er momentan im Gewinn, aber kein Open Interest, muss man dann halt mal gucken, was machen die sonst noch so, oder einfach rein und halt wieder raus, wenn es nicht läuft, so, der ist wohl relativ frisch, wenn das so weit vorne ist, das ist dann 1, 2, 3, 4, oder 5, vor 5 Tagen gewesen dann, wie gesagt, ich habe den ja zurückgestellt, ne, deswegen kommen auch die Elternsignale, ihr seht aber sowieso immer die Alten hier hinten dann auch mit dran, das ist matterwap, ähm, ja, ist schönes Put Open Interest, im, ne, hier unten Strike, bap, 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 kann man machen, passt, 63 Cent, 40er Strike, 1,5% Rendite, fertig, nächster Trade, so geht das, da braucht ihr morgens eine Viertelstunde, da wisst ihr damit, klar, ihr müsst natürlich nachmittags gucken, wenn der Markt aufmacht, bleibt es denn so, ne, hier, bam, 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 ohne Ende Luft, würde ich aber nicht handeln, 45 Dollar Prämie auf dem 50er Strike, bin ich bei 0,85 oder irgendwie 8%, ist nix, so, jetzt sind wir da auch schon durch, so, lange noch hier rumgemacht, jetzt gehen wir nochmal zurück, jetzt gehen wir mal, was haben wir denn hier schon, oh, wir haben schon noch eine halbe Stunde, muss gleich fertig werden, Mensch, keine Ahnung, Strangle haben wir auch, ist ja nicht so, dass wir nur Putz handeln können, ne, jetzt machen wir mal hier, jetzt ist nur nichts drin, äh, doch, jetzt kommen wir, so, Open Interest, so ein bisschen, oh, das war zu viel, machen wir mal nur 124, ist ja auch egal, jetzt, es ist ja auch nur, liegt ja nur der Anschaulichkeit halber, hier, Put Range ein bisschen groß, Tages Range klein, so, jetzt muss ich mit meinem Ding mal nach hier unten, hier kann ich sortieren, ne, wo war das denn, Oh, das sind ja ein bisschen viele Signale hier, ach hier, so, das sind jetzt die besseren Aktien, das seht ihr schon, hier habt ihr verschiedene Signale, ne, wenn der eine, wenn der eine Trade nicht passt, STNG, STNG, was ist denn STNG, wo, gucken wir mal kurz nach, Scorpio, keine Ahnung, kenne ich nicht, so, jetzt habt ihr natürlich keinen Pfeil nach oben und unten, hier habt ihr das Stränge-Signal, Short Call, Short Put, oben wird er schon mal nicht durchgehen, so ohne weiteres, auch wenn wir im Aufwärtsrennen sind, zack, 50 Cent, Prämie, äh, Strike Call, blablabla, Days 18, Strike Put, na, jetzt weiß ich noch, wie viele Tage hat ich das jetzt gestellt, wird auch schon ein bisschen älter sein, jo, ne, kannst du handeln, kannst du auch lassen, und dann könnt ihr hier einfach hier durchzeppeln und dann gucken, ja, wird er da drinne bleiben, wird er da nicht da drinne bleiben, so, was haben wir denn noch, wenn wir ganz kurz jetzt hier, das ist ja für 100 Jahre dauert, Bear Call, also wir haben ja alles Mögliche hier, das sind jetzt die normale Calls, die heißen aber Bear Call, ähm, Days Back, so, komm her, zeige ich ein bisschen was, Open Interest, ach so, ich habe eben keins gehabt, weil ich ja auch gar nichts ausgewählt hatte, äh, was haben wir denn hier, DDD, so, Consumer Cyclical, C-A-L ist was, Caleris, das kenne ich nicht, oh, was habe ich denn jetzt gemacht, ja, so, das wäre jetzt so ein Trade, den würde ich nicht machen, an Strike 35, Premium 20, das erste, wo ich hingucke, taugt mir nix, auch wenn ich hier unten schon Call, äh, Volumen hab, äh, Call Volumen, Entschuldigung, Call, äh, Open Interest hab, hier hängt mir aber der Put wieder im Weg, das ist mir, das wäre jetzt so eine, die würde ich nicht so, ich habe ein bisschen hier, hier ist der Kurs, größer kann ich nicht machen, äh, die EMAs vor mir, hier habe ich, ja, ne, das wäre jetzt nicht so, das wäre jetzt so ein Ding hier, ne, gut, jetzt ist das Signal schon wieder, natürlich vor Tagen gewesen, ihr seht schon wieder, Signal, boop, runter, Strike hier oben, 2032, Kontrakte, Call, Open Interest im Rücken, da muss er ja erstmal hin, da war er, 21. März, 22, aha, das geht ja bis hier, der war noch nicht einmal dieses Jahr, mal hier, wo ich jetzt hier bin, ne, wäre der nächste Trade, mache ich aber nicht, weil nur 15 Cent Premium, jetzt kann sein, dass das Ding nochmal kommt, mit einem Strike weiter tiefer oder so, aber 15 Cent lohnt halt für mich jetzt nicht, ne, aber Signal, einwandfrei, wie immer funktioniert, naja, wie immer, hier, äh, was ist denn der Strike jetzt hier, Strike 80, ach, der ist so weit weg, den sehe ich gar nicht, aber nur 16 Cent Premium, na gut, das taugt mir jetzt auch nicht, ne, aber Signal, wieder funktioniert, kommt ja nochmal ein Signal, was nicht funktioniert, jetzt haben wir hier, 27 Cent auf dem 35er, da liegt der Strike hier oben, na, hier, guck, da seht ihr das wieder, 566er Put-Volumen, was passiert, Kurs prallt ab, jetzt soll mal irgendeiner auf dieser Erde nochmal erzählen, Open Interest, das brauchen wir nicht zu beachten, ich könnte vergessen, das ist, da haben wir, ist das, wer das nicht beachtet, ist das selber schuld, ihr habt es halt nirgendwo drin, außer unserem Scanner, ne, oder, ich hab, ich kenne es nur hier, vielleicht weiß irgendeiner noch einen anderen, ich nutze diesen, ich werde auch nichts anderes mehr nutzen, diese ganzen anderen Dinger da, äh, taucht mir nicht, sag mal hier, 13 Cent, da haben wir natürlich extremst kleine Prämien, ja, vielleicht ein 67er, aber ihr seht ja, mir geht es jetzt erstmal, ihr müsst da einfach durchzappen, da seid ihr dann 10 Minuten durch, hier oben Strike, jedes Signal, gut, hier ist man ein bisschen wieder hochgekommen, zack, wieder runter, aber die Signale funktionieren halt einfach, hier das nächste, jetzt mal nur mal abgesehen, hier 7 Cent, das brauchst du nicht handeln, ne, Signal, wumm, tschüss, darum geht es ja erstmal, funktionieren denn die Signale, und die Signale sind der absolute Burner, hier ist da vielleicht mal eins, was dann gegen dich läuft, ja, was heißt, gegen dich ist noch nicht mal gesagt, Signal kommt, wumm, runter, jetzt geht es halt ein bisschen weiter, wir haben halt, ne, äh, klassische, äh, Trendfolge, so, hier kommt das Callvolumen, hier ist noch ein viel stärkeres, der Dings liegt hier oben, das Strike, der wird wahrscheinlich niemals erreicht, da denkt, kommt jetzt irgendein so ein Booster, wenn das so ein super Biotech-Ding ist, da muss man natürlich noch aufpassen, ansonsten dürft ihr hier wieder abprallen, zack, Trendfolge, nach unten, tschüss, so, jetzt sind wir da auch schon durch, ja, ich denke jetzt mal, ich habe euch da jetzt erstmal genug gezeigt, ihr wisst ja jetzt, äh, was ich euch da zeigen wollte, Freunde, doch, jetzt sind wir bei 34 Minuten, ich wollte auch sagen, hier können wir dann auch aussteigen, wie gesagt, hier gibt es so viel, ne, Advanced, du kannst ja alles mögliche machen, Turning Point, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, hier, so weit bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt, was das überhaupt alles ist, hier von Markus, hier, mit Stop, das könnt ihr auch buchen, da habt ihr hier den Stop drin, Short, äh, hier, Entry, Sell, Stop, Entry, Sell Limit, das komplett braucht ihr gar nichts mehr können, ne, Stop, CAV, Minus 0,18, und so weiter und so fort, das war nur einer, ähm, da kommt auch nicht jeden Tag ein Signal teilweise, ne, also, ich kenne nichts Besseres, könnt ihr euch jetzt eure eigene Birne machen, so, jetzt sind wir auf fertig, wie gesagt, das Ding kostet, das heißt, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gesagt, der kostet 49 Euro im Monat, jetzt schluckt natürlich wieder der ein oder andere, ja, aber wie läuft denn das Trading ab, jetzt wird es um 15.30 Uhr am Rechner, oh, was könnte ich denn heute mal machen, ich kenne es doch von mir aus, ihr müsst mir ja nichts erzählen, ich weiß ja, wie der Hase läuft, in dem Fall, du sitzt da, hm, machen wir mal, in meinem Fall, Bar Chart an, ne, IV hoch, okay, das hoch, das nicht hoch, äh, keine Ahnung, gehe ich da rein, gehe ich hier rein, Chart angucken, äh, mal gucken, fundamental, äh, Trading View, äh, ja, Trading View, dann Fast Graphs, wo ist der faire Wert, Fast Graphs nutze ich natürlich immer ganz wichtig, aber nur, wenn ich mir die Aktien andienen lasse, sonst, hm, interessiert mich das jetzt nicht so großartig, vielleicht mal einen Blick, so, was machst du hier, Signal, Open Interest, okay, unten fundamental, hm, passt, Prämie, ne, ist mir zu niedrig, nächster, okay, es passt alles, das passt auch, äh, ne, hinten und her, zack, bumm, Trade rein, geklopft, fertig, Rechner aus, auf Wiedersehen. Und wir haben jetzt nur mal ein paar Aktienputz gemacht, äh, ihr könnt ja hier, äh, ne, hier, da reden wir ja noch von, von den ganzen Geschichten hier, das war ja jetzt immer das Simpelste, aber sonst ist ja in fünf Stunden noch hier, und jetzt ist es wieder so ein langes Video. Also, kurze Räder, langer Sinn, Stock Screener Basic, ähm, das heißt jetzt Option Screener, ja, das findet ihr ja dann, ähm, ihr geht auf Kassel, nicht auf Kassel Trader, ihr geht auf den, auf den Trade Scanner, sucht den bei, bei Digistore24 raus. Ich verlinke alles unten drin in der Videobeschreibung, ganz wichtig, kommt oben, ähm, gleich mit als erstes rein, über den Link kommt ihr dann hier hin, dann gebt ihr hier Kassel Traders, genau so, wie es da steht, ein, und dann kriegt ihr 22% Rabatt. Der Screener ist monatlich kündbar, ich kann es euch wirklich nur, ich, ne, ich habe den jetzt bei mir freigeschaltet bekommen, äh, deswegen mache ich, ne, ich mache aber nicht deswegen jetzt hier, äh, Bambule und sag, wie toll der ist. Es ist wirklich, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ne, ihr wisst ja, ich, ich würde nichts hier vorstellen, wo ich sage, oh, guck mal hier, wir machen mal irgendeinen Deal, ich zeige den Jungs das mal. Das Ding ist einfach nur geil. Es funktioniert, ich habe euch ja, wie gesagt, sogar aus, äh, TWS, ähm, die, die, die live, den Chart gezeigt, das ist kein Chart irgendwo aus dem, aus dem, sag mal, aus dem, aus dem, wer ist denn hier, aus dem Paper-Modus oder irgendein Krempel oder irgendwas dahingeschmissen, also, was hier gemacht wird, das ist dann halt auch so, und da stehe ich halt auch dahinter, und ich nutze den auch. Ich habe meine BST-Trades neulich gemacht, gut, dann ging eine zweite halt mal ins Minus, aber wenn der ganze Markt abschmiert, dann kann ich, da kann ich einen Screener nehmen, was ich will, ne, und ich habe da übrigens auch nicht aufs Open Interest geguckt, sondern auf die Prämie, ja, da war wieder ein bisschen selber doof halt, das Open Interest, würde ich mir wirklich, nutzt das, Leute, das ist, kann Leben retten, so ungefähr, ja, ich kann euch das nur anbieten, wenn ihr den mal ausprobieren, selbst wenn ihr dann 50 Euro, äh, 49, dann habt ihr 22% Rabatt, das ist nochmal ein 10er runter, oder ein bisschen mehr, so, dann seid ihr bei, bei 38, 77 oder irgendwas, da werdet ihr ja wahrscheinlich nicht dran sterben, ne, und dafür habt ihr da mal was Anständiges, da brauchst du auch nichts anderes, mehr, wenn ich immer sage, Bar Chart, Passkraft, das nutze ich natürlich genauso, auch die Premium Varianten, aber dann geht es halt eher um, ähm, ja, Andienungen und alles mögliche bei mir, ne, und das ist wirklich für Trades, und das, es funktioniert halt einfach, das hast du ja nach 2, 3 Trades raus, das Ding, klar, dann machst du auch mal Minus, also das ist ja kein, äh, äh, eierlegende Wollmilchsau, wobei, als Scanner ist es das eigentlich schon fast, ich habe ja eben quasi keinen einzigen, äh, kein, hab ich überhaupt, ne, wir hatten keinen Signalbus, Signal, was weiß ich, oder Long Put, und dann geht es so, kann mir nicht, das kann ich noch jetzt 3 Stunden weiterspielen, das, das Ding hier, also, überlegt euch das, ich mache jetzt an diesem Punkt Schluss mit 40 Minuten, viel länger packe ich aber nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann fragt mich, stellt die unten in die Kommentare, ich werde versuchen jetzt aus Zypern, gucke immer mal rein, es kann sein, dass ich jetzt wirklich Ende Oktober mal kein Video mache, weil ich das nicht mehr hinkriege da unten, ich muss ja das, den Kongress mache ich ja noch mit, da sehen wir uns ja dann auch mit dem einen oder anderen und, ja, ne, freue mich auch schon drauf, ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt mir treu und sauber, wünsche Kritik unten rein, jetzt geht schon wieder los, dass das hier verschoben ist, das nervt mich da auch schon wieder, und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn nicht nächste Woche, sehen wir uns übernächste Woche auf jeden Fall wieder, dann mache ich zu Hause weiter, bin noch mal zwei Wochen, äh, zwei Monate in Deutschland, ja, und jetzt, überlegt euch das, mit dem Scanner, ich kann es euch wärmstens empfehlen, und, ja, bis bald, würde ich sagen, ne, ciao, ciao.